ganz groß aufs Tier ist als Bahner er hätte ich spüre jetzt schon die Anarchie ausbrechen nicht alleine weil ich anwesend bin doch die reiste Diktatur den ich mit jeden bei dem ich in einer Truhe mehr als eine Diamantrüstung finde stirbt naja änderungsstück und inwesend meine Diamantrüstung in der Truhe aufbewahren jeden mit einer Diamantrüstung rumrennen sehe stirbt mit einer ne Diamantrüstung ist noch mehr als einer Diamantrüstung rumrennen sehe stirbt und gerade du weißt es wenn ich jetzt schon zwei habe dann würdest du mir schnäulich selber abnehmen ja vor allem alle gewissen in unseren Mentalkoppen bitte kann ich einfach töten und dann sehe ich was ihr hattet achso wir wären mal wieder bei Anna schnäulich Alter das geht gar nicht und können wir noch mein Konzept beurteilen was die anderen davon halten ja ja mach also ich hatte noch die Idee dass es sowas wie einen ähm Bischof gibt der dann den König ernennt und der hat halt sein Kloster und ähm der ist aber gegen Gewalt wendet sich nicht gegen den König der König wendet sich nicht gegen den Bischof die Leute die sich dem Bischof anschließen wenden keine Gewalt an äh außer gegen aggressive Tiere das heißt gegen Zombies oder so sich selber verteidigen sie ähm ähm sind hauptsächlich zum ähm also meinen ist dann das was die meistens machen und sowas und ey äh anachee äh und ähm die der Bischof bietet halt auch den ähm Medizin ich kann dich beruhigen du hattest keine illegalen Sachen äh genau das das diesen die 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 wird dann auch der 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 wird dann halt auch für den Handel ähm der sorgt dann halt auch für den Handel haben wir vielleicht die Idee dass ich mal so ein Handelsplacken oder so mit reinpackt Ich leg fest dass sich jetzt jeder ein Grundstück sucht irgendwo in der Welt und dort möchte ich jetzt einen Spawnpunkt setzen hab ich schon wenn wir bei mir jetzt grad gar nicht je kann mich überhaupt nicht da ich kann mich wirklich überhaupt nicht bewegen so sehr leckt das bei mir äh drück mal F3 steht da bei FPS Wo ist denn FPS überhaupt? Bei F3 da steht die FPS dabei, wenn du einmal F3 findest du Debug-Screen Ich hab konstante 120 da, bewegt sich nichts Ich hab fast 200 130 Frames pro Sekunde Ich hab 26 Joni, Joni, du brauchst einen besseren Rechner Nichts gegen mein Lappy, ne? Was soll ich jetzt bei F3 gucken? Ähm, wie viel FPS du hast? Alter, wie viele Meteoriten kommt ich heute runter Ja, dachte ich mir auch gerade Alter, alle zwei Sekunden Ich setze jetzt hier mal den Spawnpunkt Für dich? Erik, ich bin übrigens erst für dich dazu gekommen, mir irgendwo ein Haus zu suchen Ja, such dir ein Grundstück Ja, ich bin noch irgendwie 5 Kilometer unter der Erde Also es wäre schon gut, wenn du dir dann irgendwo mal ein Grundstück suchst Ja, ja, ich... Könnte es sein, dass ich dich aufspüre Ja, lass uns doch Egal, komm erstmal zu mir her Der Bischof ist halt auch dazu da, dass die Leute auch einen Schutz vorm König haben Das heißt, wenn jetzt jemand verfolgt wird vom König Dann kann er zu mir kommen und zum Mönch werden Und dann... Scheiße! Wer sagt, dass ich nicht die Mönche kille? Ähm, das war... Das hätte doch gesagt, der König richtet sich nicht gegen den Mönch und der Mönch nicht gegen den König Achja Ja, gegen den Bischof und die Mönch sind dem Bischof unterstellt Und... Ähm... Du würdest dich als König nie der Kirche... Ähm... Entgegenwenden Also, ich muss sagen... Vielleicht bin ich atheist Gut, dass die Leute dann einfach mal so den Schutz kriegen Aber halt so einen Bischof so für kurzzeitigen Schutz Das wäre okay Ja gut, also wenn jetzt jemand sagt, ich hab keine Rüstung mehr Ich hab nur noch ein Herz, du kannst... Kannst zu mir Oder so, aber du... Ja gut, kann man sagen... Der Bischof wird nicht angegriffen, aber die Mönche, die können schon angegriffen werden Ähm... Vom König, oder? Den Nächsten, den ich jetzt tracke, wenn ich zu dem gehe, ich möchte bitte eine Spitzhacke haben Alter... Alter, was hast du für einen Scheiße Sehr gut, Erik Eine Spitzhacke, okay, ich hab noch eine Holzspitzhacke Ich hab doch Gobi getrackt Erik, ich hab noch Rübe, finde ich, die muss ausreichen Ich... Franyo, du hast ein bisschen Zeit, bis ich bei dir bin Und damit will ich eine Spitzhacke haben Oh, nicht nur das, Erik Ich hätte nicht nur das Du weißt, was passiert, wenn du dich weigerst, ne? Naja Also, nur kurz zur Frage, man kann den König jederzeit killen, oder? Ja Wenn du es schaffst Franyo, wenn du dich weigerst, kriegst du einen Bitchschlepp Oh Gott, okay 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 Ich würde jetzt hier gerne mal den Ausgang finden, aber irgendwie... Alter Alter So, Franyo, bei Gelegenheit, tue ich dann gleich noch hier... Äh... Scheiße Warte kurz Ich hab... Ich hab eine Fläche gefunden, wo ich gerne sein möchte Ja? Ja Hallo Zombie So, Franyo Warte Hast du eine Spitzhacke für mich? Ja Zwei Damit wir uns schon mal so ein bisschen, ne? So... Verstehen, Erik Das wir uns gut verstehen, ne? Daher Oh, das ist Martin Martin, wo ist der Ausgang? Aua, ich werd geschlagen Kann mich mal jemand zu dem... Teleportieren, dass ich wenigstens dort... Da oben Guck mal, da oben Loil, macht der Push, David Ja Loil Da ist eine Insel, ja Ja, da werd ich hoch Da willst du deine... Okay Also ich nehm den Berg Und der... Ich nehm den Berg, der daneben dem Schloss ist Und daneben das... Das Dorf, also dieser hohe Berg Und der ist das Dorf daneben Das würde ich bevorzugen als Gebiet Ja, schön Nur wegen, dass da jetzt niemand anderes Ansprüche erhebt Ja, nach den Sitzansprüchen kann ich überhaupt nicht nehmen Ne, du sitzt sowieso alles Ja Ah, ich liebe es, Kind zu sein Es geht darum, dass jetzt... Wenn hier jemand das jetzt... Dass das jemand... Weil du soll... Wir sollten uns da was suchen Und ich sterbe jetzt jedes Mal bis sie auf dem Weg dahin Das nervt mich gerade Der Franyo Ballamir hier so was Schönes gegeben hat Zwei Spitzhacken gleich Dem setze ich hier oben gleich sein Warpoint Der... Kann sich dann immer so machen, ne? Sehr schön Bist ein guter Junge, Franyo Wow Wo sind meine Wopptüren? Kann man jemand diesen Drecksregen ausschalten? Nein Ähm... Slash... Oder Doppel Downfall Ja, ich bin nicht mehr... Jemand hat Rechte Ist doch egal Eheh... 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 Ey, Tom... Ja? Wenn der Regen jetzt nicht aufhört, töte ich dich Ja, ja, halt deine Fresse, Alter Äh... Der Regen, der wird nur ausgehen, wenn alle sich schlafen legen Alter, wo... Wenn... Eheh... Eheh... Wieso brauchst du den Ausgang? Scheiß doch drauf Eheh... Eheh... Nee, nee, hier ist nix mit Ruhe Ach, hier, Franyo, ich kann dein Portal nicht setzen, ich hab keine Türen mehr, also... Pfff... Ja, ich kann welche... Bauen... Ne, Warptüren, du brauchst direkt Warptüren Hast du das gehört, Martin? Was denn? Der Küper, der hier grad neben mir hochgegangen Dann warte ich hier oben Eheh... Ja, ich hab keine mehr, ne? Also... Kannste hier hochkommen Kannste... Kannste eine hübsche... Ich komm eh hochgeflogen mit meinem Electric-Stuff Aua... Joko... Du nutzt Electric-Stuff Aua... Ich hab jetzt irgendwas cooles... Ja? Wie sieht das denn aus, kriegst du es zum Laufen? Es geht so... Es geht so... Es geht so... Also gerade eben ging's noch, jetzt geht's wieder nicht mehr... So... Ich hab erstmal einen Schleim gefunden... Ich track jetzt erstmal nochmal jemanden... Na, lecker... Und von dem... Ja, von dem möchte ich ein bisschen Kobbel haben... 64... So... Ich guck mal... Wo der Tom ist... Joko... Ich hab ein bisschen Schleim für dich... Okay, warte mal... Ich hab jetzt hier grad... Alter... Das machte bitte so komische Geräusche... Au... Möchtest vor allem mehr Kobbels haben, sozusagen gleich... 64... Einen ganzen Stack bitte... Alter... Warte mal kurz... Ich hab grad... Unergistische Probleme... In Form von... Ziemlichen... Ekligen... Achtbeinigen... Mistfächern und so... Oh mein Gott... Jetzt bin ich noch weiter runtergefallen... Der Spiegel? Oh, was haben wir denn hier... Oho... Oh mein Gott... Ich Dogsack... Ich muss den Franyo auf dem Tracker Ja Franyo geht von meinem Tracker weg Oh mein Gott Alter was sind das für Geräusche Kannst du bitte killen Mach ich, wer ist das Okay ich hab jetzt Medizini getrackt Ich möcht von dir Kobels Ich hab noch nicht mal Kannst du mir erstmal mein Spawnpoint gesetzen Oh mein Ich hab dir ein Spawnpoint gesetzt Was los? Alles cool Aua, doch nicht, au nein Geh doch einfach zum Schloss und dann Da ist auf jeden Fall noch ein Alles cool Ich hab alles unter Kontrolle Ja Ja Du willst Kobel haben Du hast wohl Pech gehabt Wow 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 Alter Schwede Alter Schwede Was los? Alter Schwede Was ich grad gefunden hab Alter Martin, möchtest du zu mir kommen? Ja, gern Ich hab ein paar kleine Geschenke für dich Oh Das ist cool Hey, was ist denn los, Yoko? Irgendwie ein Stein abgebaut In dem auch Da waren übelstviele Viecher Die alle gleich losgegangen sind Echt so acht Stück auf einmal oder so Und dann kam auch ein Nashorn Ja Für den Ausgang Ja, Martin, wie funktioniert denn das? Mit den Verzauberungsbüchern Ja, du brauchst einen Amboss Du brauchst einen Amboss Wie baue ich denn den? Aus drei Eisblöcke und zwei Eisnissen Weißt du, dass ich grad gewonnen habe? Ein Grabstein Oh, ich hab sogar genug Eisen Mann, da wollte ich hin Und hier ähm Okay, dann muss ich mir erst meine Craftingbox bauen Ja, ich tu nur die, äh, Items weg holen Das ist ja okay, oder? Brauchst ja nicht Piss dich, du hessische Damage machen doch So, Errik Errik Ja? Bei mir scheint's jetzt erstmal zu funktionieren Okay, dann, er geht zum Schloss Welches? Jetzt funktioniert's nicht mehr, haha Ja, Wilhelm, wie sieht das aus? Soll ich lieber jemand anderen zum Paladin machen, oder? Ich werd's mal jetzt noch ein bisschen probieren Aber wenn das so weiter geht, wär's vielleicht besser Du musst ja am Anfang zum Paladin Kein Problem damit Ich weiß schon, wer mein nächstes Opfer ist Weißer Alter Der Appret, was ich hier gefunden hab Martin, du kannst echt, glaube ich, aber zu mir kommen Wenn du nicht achst, wo bist Aktueller Paladin? Ja? Ich werde mir aus deinen Beständen ein Electric Stuff craften Tu das Alter Viel Spaß dabei Wilhelm kann nicht mehr was dagegen tun, das ist voll unfair Hab ich zu Ja, ist der König, der sollte nie so Er ist der König, er darf das Das macht ja auch die anderen ein bisschen Spaß mehr Oh, stört's mich doch Oh, was haben wir hier gefunden? Was haben wir hier gefunden? Was haben wir hier gefunden? Oh, ich werd's dann schon Ist doch Willi So Erstmal möchte ich jetzt ja eigentlich gerne einen Mülleimer haben, aber ich hab noch nie keinen Mülleimer Ja Hast du Öl? Okay, was hab ich denn jetzt eigentlich? Nein Mein Schuh braucht's Andere tolle Sachen Okay, wie war... warte mal, Anvil heißt das Ding, ne? Ja Anvil Weißt du, eigentlich wollte ich ein guter König werden, aber es macht einfach so viel Spaß, seine Macht zu missbrauchen Ja, dann wirst du aber nicht lange im König... Dann kann ich dein guter König bleiben Oh, doch Ich hab... ich bin so gut Ich... pass auf, dass niemand zu stark wird Und dann wird mir mein... Viel Spaß, hörst du dir da, ja, Rick Wird mir mein Paladin hoffentlich... Auf jeden Fall Ich würde sagen, man verb... ich würde jetzt die... alle schlechten Bemerkungen über den König verbieten Hm? Gut Eric, ähm, tust du da nochmal bitte hier... du weißt schon... ...Warnpoints setzen, dort wo ich wollte Ich hab keine... ich hab keine Warptüren mehr Da musst du mal welche holen Ich bin einfach den Warnpoints direkt Die müsste ich mir craften Radion, weil du... weil du gleich so aufmüpfig bist, dann geb ich dir mal den Auftrag, dass du rausfällst, wie man die craftet Ja Genau Und dann... Sei dankbar für den Auftrag des gnädigen König Du brauchst... also, Eric weiß, dass du das brauchst Was? Also, Nashornmilch brauchst du als erstes Und dann musst du... Äh, Wilhelm, kann man das schon als aufmüpfigen Kommentar einschätzen? Hä, was? Nein Mh, das ist kritisch Mh, das ist kritisch Hallo, nein, rechtsklick, Eiseneimer, Nashorn Och, scheiß Spiel Oh mein Gott, ich bin ernst Oh, ich hab... alles gut Hä, wieso stimmt das nicht? Dann hab ich die falsche Tür Warte Warte Oh, ich hab grad gefällt Scheiße Hä, wie... wie komm... ich fühl mich da überhaupt nicht zurecht Wie... wie soll ich das jetzt... Kannst du Suche machen Suche? Wie... wie... wo... gibt's... ach hier unten Ah, Tür Oder wie heißt die, Eric? Warp... 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 Ja... wir können das mal durchgehen lassen Dein Glück, Skandium Ich brauch keine Kettenrüstung mehr, weil ich... Wie, du hattst noch ne Kettenrüstung Achso... Wollt' ich hier grad jemand wegherpflust und klauen Achso... Ja... Achso... Achso... Alter...